Was haben Urzeitkrebse? Schlammpeitzker, Bienenfresser, Flussuferläufer und Wassernüsse gemeinsam. Sie sind europaweit selten, kommen aber an der March vor. Die March ist heute wie die meisten größeren Flüsse reguliert und dadurch vom Umland entkoppelt. Ursprünglich schien die Urbarmachung der Au allen nur Vorteile zu bringen. Doch durch die Begradigung und Verkürzung des Flusslaufes und die Befestigung der Ufer wurde in weiterer Folge die natürliche dynamische Umgestaltung der Flusslandschaft unterbunden und wichtige Lebensräume gingen dadurch verloren. Inzwischen hat man diese Problematik erkannt und auch schon mit kleineren Maßnahmen reagiert, die aber noch zu wenig wirksam sind. Als aktuelles und erfolgreiches Beispiel kann der kürzlich wieder angebundene Donauseitenarm, der sogenannte Jolaarm bei Hainburg, genannt werden. Die Altarme der March hingegen sind bis heute abgeschnitten, die Au vom Fluss entkoppelt. Die Folge ist die massive Schädigung der natürlichen Flora und Fauna. Mit Blocksteinwurf befestigte Ufer begünstigen zum Beispiel Lebensräume nicht heimischer Fischarten, wie beispielsweise der Schwarzmundgrundl, die wiederum heimische Arten verdrängen. Am Grenzfluss March haben sich linkes und rechtes Hinterland in den letzten 50 Jahren unterschiedlich entwickelt. Ein Großteil des ehemaligen Abflussgebietes auf österreichischer Seite wird von der geförderten Landwirtschaft genutzt. Kleinere Teile hingegen, wie das WWF Auenreservat Marcheck oder die Lange Luss, werden weiterhin naturnah erhalten. In der Slowakei finden wir das Landschaftsschutzgebiet Zahorie mit ausgedehnten Feuchtwiesenflächen und Tümpeln. Hier herrscht hohe biologische Vielfalt vor, mit einem umfangreichen Gewässersystem. Davon profitieren nicht nur insbesondere ca. 300 Vogelarten, sondern ebenso deren Lebensräume und letztlich auch der erholungssuchende Mensch. Der Fluss und seine Aulandschaft leben von Dynamik und strukturreichen Lebensräumen. Im Winter ernähren sich Biber von Zweigen und Blättern und fällen deshalb Bäume, um an sie zu gelangen. Totholz im Wasser gibt dem Gewässer Struktur und ist ein wichtiger Unterschlupf für Jungfische und andere im Wasser lebende Organismen. All das sind notwendige Lebensräume für spezialisierte und daher heute seltene Pflanzenarten, wie zum Beispiel dem Schlammling, und sind auch Basis wichtiger Lebensräume und Jagdansitz für Vögel. An der March überwintern jährlich viele Seeadler. Via Donau ist nicht nur mit Hochwasserschutz beauftragt, sondern für den Erhalt und die Verbesserung der Auenökologie zuständig. WWF und der Niederösterreichische Landesfischereiverband, sowie das Ministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- und Wasserwirtschaft und die Naturschutzabteilung des Landes Niederösterreich sind wichtige Partner im aktuellen LIFE-Projekt. Die wichtigsten Anliegen dieses Projektes sind eine Verbesserung der vorhandenen Feuchtgebiete wie Überschwemmungswiesen und Wasserwälder, da sie einen hohen Wert für die biologische Vielfalt darstellen. Darüber hinaus die Sicherung naturnaher Wälder und Wiesen. Durch die Öffnung von Altarmen und andere Maßnahmen soll das Gewässersystem in den nächsten Jahren verbessert werden. Das wird sich positiv auf die Lebensräume für Fische und Fischnähertiere auswirken und unterstützt die Förderung der natürlichen Reproduktion. Eines der Ziele ist die Anhebung der Fischbiomasse. Verbunden ist damit auch die Ausarbeitung einheitlicher Regeln für die Fischerei an der March durch slowakische und österreichische Experten. Ein eigenes Artenschutzprojekt widmet sich dem Schlammpeitzker. Er ist auch Darmatmer und kann atmosphärische Luft verschlucken. Das ermöglicht ihm das Überleben auch in durch längere Hitze- oder Trockenperioden austrocknenden Gewässern. Durch bessere Wegevernetzung, Radwege, Radbrücke und geführte Wanderungen soll die Flusslandschaft für Besucher erlebbar gemacht werden. Eine Chance, ein ökologisch einzigartiges Gebiet nicht nur zu erhalten, sondern für viele Menschen natürlich nutzbar zu machen. Die Flusslandschaft für Besucher